Hallo, das ist Tabea vom Kanal Candyland Make-up. Wir sind heute an einem speziellen Event. Und zwar am ersten, vermutlich, Schweizer YouTuber-Treffen. Also eigentlich ist es... Eigentlich ist es so ein Treffen von anderen YouTubern. Und wir, andere YouTuber, auch da eigentlich nicht dazu eingeladen wurden. Er hat gesagt, wir crashen jetzt die Party. Komm mal schauen, ob wir ein paar coole Leute treffen. Bis jetzt sind es noch nicht so viele Leute. Aber hauptsache Kathi ist da. Vom Kanal KathiVanili. Ja, zeig euch mal ein bisschen rum. Mal schauen, wie das hier so abläuft und so. Ja, viel Spass. So Kathi ist jetzt gerade auf unserer Hall. So muss man schreiben, gross. Ja, so extra gross geschrieben. Aber ja. Ich habe versucht, mein Logo nachher zu machen. Aber es ist... Ich habe gar kein Logo. Ja, das ist super. So Kathi, was machen wir denn? Wir flogen. Wir flogen. Ja, ich habe schon. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Du gehst nicht in die Kamera. Du bist echt nur auf Kameraschein. Gell? Ja. Deshalb sieht man immer noch meine Hände. Auf dem Video. Ja. Was machen wir denn jetzt? Hast du wenigstens Freibier oder so? Und äh... Das darf ich nicht sagen. Fans. Ja. Ich meine, schaut mal alle unsere Fans an. Die sind alle extra... Sie sind alle extra wegen uns. Krass. Ich meine, ja, wie Schweizer alt sind, sie sich natürlich rausputzen für so einen einmaligen Event. Kathi am Flogen. Ja, jetzt ist der Event ziemlich merkwürdig. Es hat so ein, zwei, zwei, bekannte Gesichter. YouTube-Treffen von weitem. Also man sieht, es sind nicht so viele Leute da. Ja, vielleicht liegt es am Wetter, vielleicht liegt es daran, dass die meisten keine Zeit hatten. Fass weiß ich. Hinten haben wir unsere Assi-Tuber. Habt ihr es gehört von ihnen vorhin? Des avant! Des avant! Des avant! Ja, weil, äh... Also YouTube-Szenen, es geht gar nicht, dass man raukt. Also... Kann ich nicht so die Droppe abbrechen? Ja. Das sind jetzt hier die Anti-Tuber. Warum haben wir uns abbrechen? Einer ist, äh, mit dem normalen Tuber. Hier sind die coolen Tuber. Ohhhh... Pati, was machen wir? Ja, absolut. Ja, das ist ein kleines Studio. Das ist ein kleines Studio. Ja, das ist ein kleines Studio. Schaue rein. Schweizerlätgeschmeisse. Für mich finden wir so Hunger weiter. Für mich finden sie so Hungerbeutenschwitz. Einen Banane-Fressen holen. Haste Bananen! Haste Bananen! Haste Bananen geschehen! Ich hoffe, das Video! Wuuu! Machst du das Video? Jaaa! Das ist geil! Ich habe Hunger, aber ich habe gegessen. Essen wird über den Wetter. Und immer das verdammte Scheisshaar, das hier raussteht. Ich verstehe das nicht! Ich glaube, ich bleibe lieber bei mir. Ich glaube, dass es heute offiziell gut ist. Hallo! 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 Also, man sieht... Also, man sieht hier oben unter Zero, in meinem Kanal. Hör mal mit! Hör mal mit! Hör mal mit! Seht ihr das? Geil! Ich finde das so cool! Wer schreibt mir! Es passt hier auf! Lassetegt. Chübe das mal mit! incorreativitet... S excitement! ajes Als Männer ooh? dots Hör mal mit! Du erzählst cosa sind Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017